In Deutsch-German and English Sprachgesteuertes App-Handy für Kesselgucken-Roulette-Roulette-System-Seltsam-Kenzie Autor de Seltsam-Kenzie Jetzt kann unser Handy App auch sprachgesteuert setzen. Das Gewinnen beim Kesselgucken wird dadurch noch einfacher. Schauen Sie sich das hier unterlegte Video an, ich habe da einen Test gemacht. Die Sprachsteuerung funktioniert genauso wie bei iPod S4 und allen anderen App-Handys, speziell für das Kesselgucken-Roulette. Ich habe es in dem unterlegten Video abgefilmt, wie's geht. Schauen Sie sich das Video an, man braucht keinerlei Hilfsmittel mehr, um noch schnell zu setzen. Sie wissen ja, das abgibt nach Abwurf der Kugel noch rechtzeitig einen Satz aus, fünf Zahlen, in denen die Kugel wahrscheinlich fallen wird. Das wird von der Bildübertragung durch Erfassung aller Bildpunkte errechnet. Nun muss dann noch schnell gesetzt werden, bis der Kruppier sagt nichts geht mehr. Das Setzen war immer ein Problem. Jetzt geht es anders, die Sprachsteuerung funktioniert einwandfrei und setzt das, was Sie eingeben. Sieh den Test in diesem Video. Ich habe gesagt. Setze bitte jeweils ein Stück zu jeweils 5 Dollar auf die Zahlen 1, 20, 14, 31, 9. Und sehen Sie in dem Video, wie schnell das Ab das dann automatisch setzt und das Ab sagt zurück. Habe jeweils ein Stück zu 5 Dollar gesetzt auf die Zahlen 9, 31, 14, 20, 1. Und schauen Sie live, wie schnell diese Stücke auf dem Tableau gesetzt werden. Das Setzen war immer eine Formelei, jetzt geht's sprachgesteuert und funktioniert einwandfrei. Das Handyabsprachgesteuert für Kesselgucken steht ab sofort zur Verfügung für iPhone, iPod, Android, natürlich kostenpflichtig. Voice-controlled app mobile telephone for Kesselgucken roulette roulette system cell mckenzie salser mckenzie. Author g salser mckenzie. Our mobile telephone can put app also voice-controlled now. Winning at the Kesselgucken gets even simpler through this. Watch the video underlayered here. I have taken a test there. Android mobile telephones. Special works the voice control just like at iPod S4 and everyone for the Kesselgucken roulette. I have it. Rejected goes in the underlayed video app Jeff filmed. You watch the video. One needs no more aids around still shoot to sat down. Five numbers know the app still spends a sentence after dropping of the ball on time. You into this one the ball probably will fall. This is calculated by the photo telegraphy by recording of all microdots. You must set fast still then, till the crowd pierce says nothing now more goes. And putting was always a problem. It works different. The voice control work faultlessly in what you enter puts now. You the test in this video. I have said. Please set 9 one piece of 2 each $5 on the numbers 1, 20, 14, 31, each. In the video. How fast the app this then sets automatically in the app says back and see you. Have one piece each to $5 put on the numbers 9, 31, 14, 21. And you look live. These pieces are put how fast on the tableau. The put was always a family. Goes it voice controlledly and works faultlessly now. The mobile telephone app is available for Kessel Guken voice controlledly. E-pad. For earphone as of now. Android. Of course with costs. E-pad. 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 E-pad.